Wir präsentieren Pudu Robotics in unseren teilnehmenden Cafés. Mit neuester Laser-Funktion orientieren sich die Pudu Bots an ihrer Umgebung. Sie erkennen Hindernisse und reagieren mit adaptiver Bremsmechanik. Dadurch sorgen die Bots für eine sichere Kollisionsvermeidung. Okay, bitte klick auf Start, damit das leckere Essen schnell geliefert werden kann. Endlich dürfen wir unseren fleißigen Service von kräftezehrenden Laufwegen befreien und diese zeitaufwendige Aufgabe unserer Bella überlassen. Sind mehrere Pudu Bots im Einsatz, so kommunizieren sie untereinander über das eigene Netzwerk. Bella macht sich auf den Weg. Ihre Freundin stellt sich bereits an ihre soeben verlassene Position und rückt für den nächsten Auftrag nach. Wir können nun den Gast auffordern, die Bestellung von der entsprechenden Plattform zu nehmen. Liebe Gäste, Ihr Essen ist da. Bitte nehmen Sie Ihre Bestellung. Andere Gäste warten auch auf mich. Zusammen mit unseren Mitarbeitern können wir die Bestellung auch selbst auf dem Tisch servieren. Bedenkenlos können Sie auch mehrere Bestellaufträge aufeinander folgen lassen. Ohne Frage, Bella ist mit ihrem Team ein totaler Hingucker. Hihi, das Kitzel. Miau. Eine Attraktion für Groß und Klein und in erster Linie auch eine wirkungsvolle Anziehungskraft für Ihr Unternehmen. Um Bella voll dem Service zu überlassen, bekommt sie auf ihren Wunsch tatkräftige Unterstützung von Hula. So wird das Abräumen der Tische durch ihn zu einem Ablauf mit Unterhaltungsgarantie. Mit einer Traglast von 15 Kilogramm für jede der vier Ablageflächen ist auch bei großen Arbeitsbereichen endlich für Abhilfe gesorgt. So bleibt das persönliche Gespräch beinahe unvermeidlich. Sie verlieren nie Ihre Persönlichkeit. Per Touchbedienung oder einfach durch Gestenfunktion wird Hula an seine Zielort völlig autonom navigiert. Bella denkt mit und macht den Gast freundlichst auf ein Missverständnis aufmerksam. Mit integrierten Induktionssensoren erfasst Bella das Gewicht und erkennt, ob am richtigen Tisch die richtige Bestellung entnommen wurde. Sie scheinen die falsche Ablage erwischt zu haben. Bitte nehmen Sie die, die beleuchtet ist. Und wie rufen wir nach Unterstützung? Ganz einfach. Per App oder mit der optionalen Smartwatch. Einfach per Toucheingabe Hula zum Tisch rufen und die Fläche zeitsparend räumen. Hula kann sich dann per Eingabe auf den Weg in die Küche machen. Bei mehreren Hula-Bots wird darauf geachtet, dass die Küche nicht bereits besetzt ist. Sollte dem so sein, sind unsere Hula-Bots auch geduldig und beachten die Verkehrsreihenfolge. Am Zielort angekommen, kann Hula nun entlastet werden. Diese oder ähnliche Geschirrwannen bieten sich für einen schnellen Arbeitsprozess bestens an. Volle raus, leere rein. Und schon kann sich Hula wieder als fleißige Unterstützung zur Verfügung stellen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.